Überblick über die Rechtsformen Unternehmer und Unternehmerinnen sowie Gründern und Gründerinnen steht es grundsätzlich frei, sich für eine Rechtsform zu entscheiden. Hierzu stellt die Rechtsordnung in unterschiedlichen Gesetzen eine Reihe von Rechtsformen zur Verfügung. Welche Rechtsform für Ihr unternehmerisches Vorhaben oder für ein unternehmerisches Vorhaben sich am besten eignet, hängt von mehreren Kriterien ab. Zu diesen Kriterien zählen die Anzahl der Gesellschafter, die Kapitalaufbringung, die Haftung, die Leitungsbefugnis und Kontrolle, die Erfolgsverteilung sowie die ertragssteuerliche Belastung. Wie sich die einzelnen Kriterien abhängig von der jeweiligen Rechtsform verhalten, lernen Sie in den nachfolgenden Videos bzw. in den nachfolgenden Lektionen, wenn Sie sich gerade auf unserer Businessfragen Academy befinden. Aber schon einmal so viel vorab. Nicht jede Rechtsform eignet sich für jedes Vorhaben. Eine Unterteilung der Rechtsformen für privatrechtliche Unternehmen kann wie folgt vorgenommen werden. Hier kennen wir einerseits den Einzelunternehmer, die Personengesellschaften und die Kapitalgesellschaften. Und andererseits gibt es darüber hinaus eben auch noch Mischformen und Sonderformen. Beim Einzelunternehmer gilt es zu unterscheiden, ob es sich um einen eingetragenen Unternehmer handelt oder um einen nicht eingetragenen Unternehmer. Zu den Personengesellschaften gehören beispielsweise die OG, die KG, die Stille Gesellschaft oder aber auch die GSBL. Zu den Kapitalgesellschaften gehören die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also die GmbH oder aber auch Aktiengesellschaften, die AG, die Limited, die SE oder Privatstiftungen. Mischformen wären dann beispielsweise noch die GmbH und Co. KG oder AG und Co. KG. Und zu den Sonderformen zählen Wirtschaftsgenossenschaften oder die EWIB.